Hm, das könnte gut sein. Hm, noch eine Verpackung. Was? Nee, ein Handy. Betty, guck mal, was ich habe. Wir können TikTok auf dem Handy gucken. Wow, guck dir mal den Tanz an. Glaubst du, wir könnten das auch? Ja, auf jeden Fall. Wow, das sind gute Flakes. Affen raus. Oh, was? Betty, du hast mir ins Gesicht geschlagen. Bären mögen keinen Kohl. Betty, wach auf. Betty, Zeit für die Party. Das ist ganz schön hart. Los, es wird Zeit zu tanzen. Hm, tanzen? Was? TikTok, tanzen? Los geht's. Okay. Puh, das war genial. Unmöglich, schau dir diese Zahlen an. Wow. Wow. Unser Tanz war echt gut. Wir können noch besser werden. Stimmt, wir sind schon ziemlich geil. Sag mal, riechst du das auch? Mein Tee riecht gut. Ich bin's nicht. Das kommt von hier drüben. Jared, das kommt aus deiner Richtung. Irr, das bist du. Nein, auf keinen Fall. Das kommt nicht von mir. Du bist unmöglich. Hier, etwas Seifenwasser für dich. Okay. Vielleicht hast du recht. Schrubb dich auch richtig gut ab. Hm, was machst du da? Das muss ich aufnehmen. Sieht aus, als würde er tanzen. Oh, wow. Das war großartig. Und du riechst viel besser. Dafür hast du dir einen Kuss verdient. Oh mein Gott. Es ist so heiß. Mal sehen, was hier drin ist. Ich bin's. Oh nein. Kalt. Mir wird kalt. Hilfe. Hilfe. Was ist das für ein Geräusch? Es kommt von hier drüben. Nope. Vielleicht aus dem Müll. Es kommt von dem Kühlschrank. Jared. Du bist eingefroren. Was soll ich nur tun? Aufwärmen. Du musst dich aufwärmen. So funktioniert das nicht. Ich brauche einen Föhn. So, los geht's. Du taust auf. Oh, wow. Was du da machst, ist ziemlich cool. Lass uns das Tick tocken. Ja, nimm mich auf. Okay, los. 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 Wow, das war spitze. Mir war so unglaublich kalt da drin. Ja, aber schau dir die Zahlen an. Schere Stein Papier. Gewonnen. Mann, ich bin so schlecht da drin. Hier ist mein Puppet. Yes. Ich liebe es, damit zu spielen. Hast du das gehört? War wohl doch nichts. Ha. Schon wieder gewonnen. Da ist dieses Geräusch wieder. Na los, spielen wir weiter. Ah. Da ist eine Ratte unter meinem Polly. Eine Ratte? Wovon redest du? Wow. Deine Moves sind epic. Das nenne ich den Rattentanz. Ah, da ist sie. Ich hab alles drauf. Ich kann nicht fassen, dass du das aufgenommen hast. Ja, aber so viele Likes. Uh, schau mal, was ich gefunden habe. Ah, naja. Schade. Das hier ist auch voller Löcher. Wir haben echt gar kein Glück. Hey, schau mal da. Duck dich. Äh, die Trends vom letzten Monat sind so widerlich. Sie ist weg. Und sie hat die Taschen hier gelassen. Kaum zu glauben. Sieh dir all die tollen Sachen an. Unbegreiflich, dass sie all das weggeworfen hat. Ziehen wir uns um. Jetzt sind wir richtig feine Leute. Uh, ja. Das ist eine geniale Idee. Bist du bereit dafür? Wow. Yes. Diese Kleidung macht wirklich den Unterschied. Mal sehen, ob ich noch mehr finden kann. Oh, schade. Die Tüte ist leer. Uh, eine Banane. Ups. Doch nur eine Bananenschale. Äh. Betty, in der Mülltonne gibt's gar nichts. So ein Mist. Ja. Ich hatte auf was Gutes gehofft. Wow. Au. Jared. Bist du okay? Mir geht's gut. Aber ich hab immer noch Hunger. Als du gefallen bist, hast du so coole Armbewegungen gemacht. Warte. Hab ich? Ja. Und ich denke, du könntest daraus einen Tanz machen. Okay. Bist du bereit? Es kann losgehen. Wow. Mir ist ganz schön heiß. Kommen, wir checken mal die Zahlen. Nein, das kann doch nicht sein. Die Zahlen können doch nicht stimmen. Hier gibt's gar nichts mehr zu essen. Was ist denn das? Jared? Jared! Schau dir das an. Das ist eine Einladung. Ne. Ein Haus? Komm, gehen wir. Wow. Schau dir dieses Haus an. Home sweet home. Welcher dieser Tänzer hat dir am besten gefallen? Schreib's uns in die Kommentare. Und denk dran, das Video zu teilen und den Kanal zu abonnieren für weitere tolle Videos wie dieses. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.